Hallo meine Lieben, also ich bin endlich soweit, Renan beim Observatorium bekommen. Mein Pferd hat Hunger und Durst, aber ich versuche trotzdem das Renan zu machen. Danach kümmere ich mich als erstes. Also, wünscht mir Glück, ich habe es noch nie probiert. Keine Ahnung wie schwer das ist, aber hoffentlich schaffe ich es. Okay, los geht's. Ich werde nicht sehr schnell sein, weil ich die Route noch nicht kenne. Uiuiuiuiui. Ach nee, hör auf. So, Kleines. Weiter. Oh, nein. Na, cool. Also, jetzt ist Fail. Ich fange dann wieder von vorne an. Nee. Oh, je. Glück gehabt. Gleich wird es mir schwindelig. Aber ich muss es zugeben, und das ist schon eine schöne Strecke. Echt? Oh. Okay. Man, oh, man, oh, man. Oh, Meter. Oh. Ja. Anhalten bitte. Okay, weiter. Aber echt eine schöne Strecke. Das hat mir gefallen. Und, oh, finde ich, für den ersten Versuch gar nicht so schlecht. Aua. Oh, Gott. Na, bisschen zurück. Und nochmal. Und rüber. Und schon geschafft. Gut gemacht, Kleines. Ja. Gut. Fantastik. Sehr gut, Gerita Melinda. Komm zurück. Komm zurück. Und reite die Strecke, so oft du wirst. Werde ich sicher machen. Bis zum nächsten Mal.